Willkommen bei VideoWissen. Mein Name ist Hartmut Zohm. Ich bin Direktor am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik und forsche in der Kernfusion. Was mich inspiriert zur Wissenschaft ist, dass man versuchen kann, zusammenhängen so auf den Grund zu gehen, dass man sie versteht. Ich mache deshalb Physik, weil da die Mathematik dahinter steht, die ein ganz sozusagen klares Gerüst dafür macht, wie man Dinge versteht. Das ist für mich die Inspiration, Sachen, technische Sachen oder auch Dinge in der Natur zu verstehen, wie die zusammenhängen und so zu beschreiben in mathematischen Formeln, dass man das verstehen kann. Es gibt nicht die eine Erfahrung, die mich motiviert hat, glaube ich. In der Tat wollte ich eigentlich gar nicht Physiker werden, sondern Geologe oder Geograf, besser gesagt Glatiologe, also Gletscher erforschen. Und das hat mich eigentlich inspiriert, diese in der Landschaft zu sehen, wie man da die Spuren sieht, wie Berge aufgefaltet sind, wie Gletscher fließen, sich bewegen, wie die aufbrechen und so weiter. Da steckt so viel Physik und Naturwissenschaft dahinter. Das hat mich eigentlich dazu motiviert, mich mit Naturwissenschaft zu beschäftigen. Und dann ist es Physik geworden. Erstmal habe ich Abitur gemacht, dann habe ich Physik studiert, dann habe ich Master oder damals hieß es Diplom gemacht in theoretischer Physik, dann habe ich gewechselt an das Max-Planck-Institut hier, habe aber in Heidelberg promoviert. Da habe ich in Physik promoviert, dann allerdings Experimentalphysik gemacht. Dann habe ich unter anderem, während ich gearbeitet habe, als Wissenschaftler Vorlesung gehalten. Daraus wurde eine Habilitation an der Uni in Augsburg. Dann bin ich Professor geworden in Stuttgart für Elektrotechnik und Plasmaforschung und von da aus wieder an das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik berufen worden und bin jetzt auch an der Ludwig-Maximilians-Uni in München und lehre da. Die Kernfusionsforschung an den großen Experimenten ist eigentlich Teamarbeit. Deshalb mag ich mir nicht alles auf meine eigene Kappe schreiben, was wir erreicht haben. Mein Spezialgebiet ist eigentlich das Untersuchen von Instabilitäten. Also wir haben ein magnetisch eingeschlossenes Plasma, das geheizt wird. Und wenn man es genug heizt und das Druck aufbaut, dann fängt es an, Instabilitäten zu machen, die man nicht haben will, also das Plasma sich verformt und wir vielleicht sogar die Kontrolle darüber verlieren. Ich habe eine Methode entwickelt, erst theoretisch gedacht und dann entwickelt mit Leuten zusammen, wie man diese Instabilitäten bekämpfen und unterdrücken kann. Erst theoretisch vorhergesagt und dann experimentell nachgewiesen. Das war eigentlich so ein Meilenstein, der ganz besonders war, wo wirklich auch mein Name dran steht. Also die physikalischen Herausforderungen gibt es immer. Eine ganz große Herausforderung ist, als Physiker mit einer Ausbildung, als Physiker und Naturwissenschaftler in eine Leitungsfunktion zu kommen und plötzlich für ganz viele Leute verantwortlich zu sein und den Laden so zu organisieren, dass es funktioniert, läuft, dass es ein gutes Klima gibt, dass die Leute kreativ sein können und dabei trotzdem alle an einem Strang ziehen. Das ist, glaube ich, für mich die größere Herausforderung gewesen, als irgendwelche Gleichungen zu lösen oder irgendwelche Dinge zu verstehen. Das ist toll und das ist eine Riesenherausforderung, aber das, was mich am meisten bewegt hat, war eigentlich diese Geschichte da sozusagen zu verstehen, wie man so eine Gruppe motiviert und leitet. Meine aktuellen Projekte sind einerseits, in meinem Bereich wird das Tokamak-Experiment, das ist ein großes Kernfusionsexperiment, Astex Upgrade betrieben, was Untersuchungen zur Kernfusion macht. Das ist die Hälfte meiner Zeit und in der anderen Hälfte arbeite ich für ein europäisches Konsortium, das die Grundlagen untersucht für einen Fusionsreaktor, sogenanntes Demonstrationskraftwerk-Demo. Da bin ich der Leiter der Physikgruppe und da sind die Projekte sehr weit gefächert, weil wir eigentlich versuchen, die ganze Physik aufzuarbeiten, wie wir sie verstehen und dann auf das Kraftwerk da anzuwenden. Die Zukunft meiner Forschung sieht so aus, dass ich, denke ich, zweigleisig weiterfahren will. Also ich will weiter Plasma-Grundlagenphysik machen und verstehen, was die Physik ist, die hinter diesen magnetisch eingeschlossenen Kernfusionskraftwerken oder Kernfusionsplasmen steht. Und ich habe schon gesagt, zweites Standbein ist, irgendwann ist die Fusionsforschung so weit, dass sie in die Anwendung kommt und dass ein Fusionskraftwerk geplant und gebaut wird. Und da möchte ich mich gerne auch weiter einbringen. Wir stehen jetzt gerade da so an der Schwelle, wo die Industrie interessiert ist und mitmacht. Und das ist ein Teil, den ich unbedingt noch machen will. Mindestens 20 Jahre dauert das. Das kriege ich dann am Ende nicht mehr mit. Das macht aber nichts. Ich setze das dann mit auf den Weg sozusagen. Und die 20 Jahre dauert es von dem Tag an, an dem richtig Geld reinfließt. Und dieser Schritt, also wir sind gut finanziert zur Forschung, aber eben nicht zum Bau von einem Fusionskraftwerk, an dem Tag, an dem richtig massiv Geld investiert wird in ein Industrieökosystem, was dann so ein Ding baut, dann schätze ich noch 20 Jahre ungefähr. Nicht vom Ziel abbringen lassen, nicht so arg drauf schauen, das ist meine eigene Erfahrung, nicht so arg drauf schauen, was für große Karrierechancen man hat, von der Art, dass man sagt, heute ist Quantencomputing in, also muss ich unbedingt Quantencomputing machen. Nein, wenn mich was anderes interessiert und ich brenne dafür und da gibt es Institute, die daran forschen, dann sollte ich lieber dahin gehen. Weil ein großer Teil des Spaß an der Arbeit als Wissenschaftler ist eben, dass man das machen kann, was man will, in Anführungszeichen, also forschen, was einen interessiert. Und das ist eigentlich, was einen die ganze Zeit daran motiviert und daran hält, dass man auch, wenn man 30 Jahre daran forscht, immer noch zur Arbeit geht und sagt, das macht richtig Spaß und ich freue mich darauf hinzugehen. Und der Teil ist für mich viel wichtiger, als zu sagen, jetzt muss ich überlegen, in 20 Jahren, was ist denn da innen und eigentlich mag ich ja das Gebiet gar nicht so arg, aber dann mache ich das halt, weil es jetzt genau dahin geht. Wenn man schon Wissenschaftler werden will, würde ich das zweitrangig machen und sagen, ich will dann auch das machen, was mir Spaß macht. Wer ganz viel Geld verdienen will, sollte sowieso nicht Wissenschaftler werden, sondern in die Industrie gehen.